Ich möchte gerne ein Update geben nach der letzten Information, die ich gegeben habe. Nach einer kurzen Zeit, nach dem ersten Update, da war dieser Inzident, dass die Angela Merkel angegriffen wurde. Ich habe gesagt, dass die Top-Leute in der Welt sich gegen Angela Merkel gewandt haben. Und innerhalb kurzer Zeit, ganz wenigen Stunden nach unserer Veröffentlichung, hat das stattgefunden. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die denken, dass meine Information inkorrekt ist. Dennoch, wenn du das erste, das allererste Update hörst und dann die weiteren Updates, dann kann man verstehen, dass meine Information korrekt ist. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die den Dritten Weltkrieg herbeiführen wollen. Und Angela Merkel wird als der Archduke Ferdinand. Der Baron, der Erzbaron Ferdinand betrachtet. Das Töten des Ferdinands hat den Ersten Weltkrieg herbeigeführt. Deutschland wurde in den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg hin manipuliert. Und das Gleiche wird jetzt versucht mit dem Dritten Weltkrieg. Heute werden amerikanische Panzer in Europa werden aktuell in die finale, endgültige Position gebracht, was einem praktisch eine Kriegserklärung darstellt. In den letzten Wochen haben amerikanische Panzer ihre Position geändert, aber das wurde nicht berichtet. Sie sind jetzt in ihrer endgültigen Position geografisch betrachtet. Die ganze Aktion soll bewirken, dass Russland in den Krieg zu ziehen. Finnland hatte heute auch die gleiche Warnung an die Menschen dort ausgerufen. So wie die Tschechische Republik und Deutschland auch. Nämlich Essen und Wasser für 10 Tage, Minimum eines von 10 Tagen zu lagern. Es ist egal, ob das jetzt eine False Flag Geschichte ist. Oder eine tatsächliche Aufstockung von militärischen Aktionen. Der Hintergrund ist, dass die Amerikaner die europäische Gemeinschaft destabilisieren möchten. Mit der finanziellen Situation weltweit wird ein Krieg als die einzige Lösung daraus betrachtet. Das ist die Geisteshaltung der Rothschild-Familie, Rothschilds. Der satanische Abzweig der Illuminaten. Möchten einen Krieg nur um einen Krieg führen zu können. Bitte, ich möchte das mitteilen. Wenn wir nicht Panik kriegen und keine Angst haben, haben wir die bessere Chance, eine neue Katastrophe vorzubeugen. In den nächsten paar Tagen wird es sich herausstellen, ob das jetzt einfach abebbt und ruhig wird. Jeder, der meine Aussagen in den letzten zwei Jahren gehört hat, wird wissen, dass ich empfohlen habe, Essen und Wasser für zwei Wochen zu lagern. Jetzt sagen auch die Regierungen, dass man Wasser und Essen lagern soll. Ich und viele andere auch, haben vor dieser potenziellen Gefahr gewarnt. Bitte bleibt ruhig und stark. Und glaubt nicht das oder nicht alles, was aus der Mainstream-Media berichtet wird. Das ist jetzt eine Nachricht an alle Connecting Consciousness Mitglieder. Bitte geht sicher, dass ihr die Telefonnummern und Adressen von euren Koordinators habt und auch eine lokale Support-Gruppe. Bitte macht Vorbereitungen für euch und eure Familie, sodass ihr sicher sein könnt. Bitte macht Vorbereitungen vor für dich und eure Familien, damit ihr möglichst sicher bleibt. Vielen Dank. Ich werde mehr Informationen geben, sobald ich sie bekomme. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.